was geht ab meine freunde willkommen zurück bei sebanka ich hoffe euch hat das letzte video gefallen ihr könnt mir gerne ab und kommentar da lassen mir bescheid sagen wie ihr selber das spiel findet oder wie selber wie weit ihr seid ihr wisst nicht zu viel reden einfach sofort loslegen müssen wir wieder reinkommen wo wir waren besser wo wir stehen geblieben sind müssen erst mal generatoren nachgucken für benzin noch drin ist schauen was sind die nächsten aufgaben sind hier können wir das habe ich raus hier sie brauchen dynamit und zündschnur war das ja klar ist ausgaben ja das prüfen wir müssen sich ballen wenn wirklich der generator ausgeht und die ohne strom da wir wissen nicht hundert prozent was wenn der strom aus ist was kommen wird das war meine schuld gsi sarkastung wenn ich nicht getäuscht habe ist hier im umkleide auch noch hier ein dreirad sagt wir müssen von den jd liesle die erkennungsmarke schauen was dabei rauskommt das heißt wir müssen auf den anderen weg gehen erstmal wo am meisten die geräusche lautsten waren wir müssen da durch wir haben uns alles angeguckt da ist das viecher auch rausgekommen da gucken wir da hinten ist was das brauchen wir nicht jewig da dann Nin Oh, den hat zerfetzt! Boah, Junge, Junge, Junge. Wie ist das denn jetzt hier? Boah, wie ein Glück, oder meine Freunde? Genau den, den wir gesucht haben. Das ist ein 0,8, 1,9 und 0,3, 1,9. Muss ich mal aufschauen gleich. Aber besser ausprobieren. Schauen wir uns nochmal um, was hier noch alles ist. Bis zum nächsten Mal. Guck mal, wir haben eine Erweiterung bekommen, super. Leuchtfackel für Notfall, die bleiben heller und laut sind zwischen der Flammen dient als praktisch. Das sieht auch nicht gut aus. Wir schauen gar nicht mal wohin. Guck mal, wo wir rausgekommen sind, ist ja praktisch, wo die Tür verschlossen war. Boah, ich hab jetzt gar nicht gesehen. Boah, haben wir ein Glück. Geht shoppin'. Leider keine. Boah, guck mal. Wir haben nur eine Kugel, ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Ich muss noch mal kurz Generator auffüllen. Gut. Da. Dann gehen wir direkt zu Umkleidern. Los Altos und Bura-Liws. in der Erweiler aus dem Lumpur, Wir machen alles nicht, weil wir im Anlauf nieren können. Ich habe liegt mit dem Lumpur. Die Tür muss mit dem Lumpur vorwachen. Sobald Lumpur оф Tuch-Lanz. Sobald Lumpur Quaten? Dén sphere. Sobald Lumpur. Sobald Lumpur. Sobald Lumpur. Sobald Lumpur. Das ist ein 0817 glaube ich, wenn ich es nicht verteilen hätte. 1. Nee, das müssen wir mal nachschauen. Ah, 0319, boah, das fällt überhaupt jetzt. 0819, boah, das fällt überhaupt nicht. 0819, boah, das fällt überhaupt nicht. 0819, boah, das fällt überhaupt nicht. So viele Durchgänge, man weiß gar nicht wohin man gehen soll. 0819, boah, das fällt überhaupt nicht. 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 0819, boah, das liegt echt nicht. 0819, boah, das fällt jetzt noch nicht weg. Das muss man zumindest mitление desallißt. 0820, so vielleicht mit einem Granate in die Tür öffnet. aber es ist auch zu da ist sie nicht schauen wir mal gleich, soll er kurz warten was war das denn? du wurdest verwundet, es sei auf der Hut, den du hinterlässt, nur eine Blutspiele, die bestimmte Kreaturen locken könnte wir haben genau nichts, wir haben alles da gelassen nein 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 Gott im Himmel ich will nicht nein bitte bitte nein nein es kommt es kommt bitte 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 hilf mir was hier passiert nein lass sie es zu ich will nicht zu sterben bitte bitte er her war bis eben m das h ja sie domain punkt Oh, da ist er. Nein, das ist ein schönes. Ich hoffe, es war es mal. Hecht! 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 Boil, ich kann auch nicht mehr mit der Kompte. Nein! Nein! Gott im Himmel! Es kommt! Nein! Wir können die Türen irgendwie öffnen, aber wie? Nein! Nein! So kurz. Es kommt! Der Junge, der hat mich, der hat mich. Ich hab meine Chance nicht. Ich muss aufhauen. Nein! Nein! Ich wurde erwischt! Nein! Nein! Jetzt müssen wir schon. Wir haben ja vor Gespräche gehabt, aber... Ah, ich bin nicht mehr. Okay. Jetzt, ich frage, ist das auch alles weg, was wir erreicht haben? Ne, oder? Doch. Oh, ist das blöd. Selbst da kennen wir den Weg, aber... Ah, ich vergesse wirklich davon noch zu speichern. Warum sonst jetzt alles quasi? Ich bin. Und jetzt. Ach, ich habe das glaube ich vielleicht nicht gesehen, habe jetzt. Was ist das? So. Die könnten mir auch, diese Pack könnten wir auch benutzen um abzuhauen. Aber ich hätte keine mehr gehabt oder nicht benutzen können. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Okay. Das weiß ich schon gar nicht. Nein, 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 schnell. Die habe ich schon wieder vergessen. Gehabt. Okay. Oh, okay. 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 wenn ich mich jetzt nicht getäuscht aber hat man davor bei dem typen der käfig saß in den gefängnis unten wie ein schaumschlüssel vielleicht können wir damit aufmachen sonst für dich probieren weil hier steht ein fass den kann man sprengen aber ob das was hilft das weiß nicht und bei uns ist eben munition munition alles knapp deswegen belassen ist erstmal dabei wir können noch später mal schauen das ist auch sarkastisch erstmal können unser drehrad holen wo ich schon recht mal wohin alles ich habe mir ja Da. Das fängt schnell. Wir müssen so schnell wie möglich hier rauskommen, wo uns das Vieh noch einmal packt. Was ist das denn jetzt wieder? Ey, Alter, mit dem... Ich hab's schon wieder nicht gespeichert. Ey, der taucht auf wie weiß nicht was. Wir kennen ja jetzt die Wege. Jetzt müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. Wenn wir uns gleich nochmal packen. Da krieg ich doch so kleine Höhlen heraus, wenn man das nicht schafft. Ich kann das nicht? Nein, lassen wir mal kommen. Wenn wir uns sagen, wir uns besser draufziehen. Das ist das, was ich sicher. Da gibt es fünf. Wir werden einschlaufen. Entschärfen kann man das nicht, oder? Au. Sehr viel gebracht. Oh, wir weitermachen. Wir füllen kurz nochmal unseren Generator auf. Der ist ja noch gut dabei, aber egal. Das machen wir trotzdem mal. Der ist ja noch gut dabei. Der ist ja noch gut dabei. Hat man hier was vergessen? Ich bin in dem Verlöfer nochmal Medizin mit. Man weiß ja nie. Wo bin ich jetzt durchgelaufen? Komm mal da. Wir haben ein Paletti-Richter-Überblick. Das ist schon heftig. Das sind Mannschaftsquartier und Unkron. Oben war ja Gefängnis. Da waren wir ja schon. Ich komme nicht rein. Steht da. Der Stromschalter in diesem Bereich sind in Reihe geschaltet. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Achtung, die Stromversorgung in diesem Teil der Anlage ist in Reihe geschaltet. Wird der Strom in einem Bereich der Kette abgeschaltet, betrifft das auch die nachfolgenden Bereiche. Abschaltung sollte nur im Alltag allergrößten Notfall vorgenommen werden. Zum Beispiel, wenn ich das sage. Streich und Unfug werden umgehend. Renat gemeldet. Ich bin aber schon überfordert. Haben wir was zum Gegenwerfen? Den haben wir zum Beispiel. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Ich brauche mir Schlüssel. Truppenküche. Das ist der Funkraum und Wachraum. Da will ich schon gar nicht mehr hingehen. Wenn man den schon sieht. Weiß. Wo ist schon wieder so einer? Ja, ich glaube, wir müssen den Abschrauben dann. Weiß ja, ich gesagt nicht. Medizin haben wir. Wir müssen erstmal sauber machen. Oder wir fliegen. Ah, wir haben einen Imitarplatz vergessen mitzunehmen. Das brauchen wir erstmal nicht. Dann nehmen wir lieber eine Granate mit. Um zu verteidigen. Das machen wir mal. Ah, was macht das, was weiß ich da. Wer ist der dort? Da muss ein Rauch rauskommt. Wir müssen uns bauen. Claimant. 4621. Zauenausgang. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin. Wo der Rauch kommt. Ah, hier ist es okay. Ah, rüberspringen kannst du nicht. Kannst vergessen. Jetzt habe ich keine Granaten mehr. Oh, da kommt der Junge. Was ist denn der? Nein. Nein. Einfach nicht mehr frustriert. Hey, ist das der Ernst? Hey, ihr könnt doch vor, das ist alles vorspulen. Das hat nichts gebracht. Ah, wir laufen jetzt da. Jetzt machen wir schnell ein Schnellformat. Ja, man muss aufpassen. Wir müssen gucken, was wir mitnehmen können und was nicht. Ist das meine? Da ist das, hier. Worauf hätte ich hier Strom erstmal nicht, oder? So was denkt hier? Wie gesehen, es hat einmal geklappt. Ich glaube, hier öffnet das auch, oder? Wenn man den Hahn da hinten gleich umdreht. Den dreht er da schon. Wie wisst ihr was? Erstmal speichern direkt. Nein, was habe ich gemacht? Wachvoll. Wurde es jetzt? Ja. So weit gekommen und er hat uns einfach gepackt. shame. Es ist irgendwie auch hier. Es geht nicht. Das geht nur noch. Was ist das, Alter? Das ist doch nicht mehr normal. Wie oft will er kommen eigentlich? Genau, ich laufe jetzt genau hier hin, wo ich nicht hinwollte. Genau, wo Sack hast du jetzt, ey. Aber mich interessiert mal, wie können wir den befreien? Ach nee, was ist das? Ich glaube, ihr könnt jetzt eh nicht hinterher. Das ist wichtig, wir müssen speichern schnell. Das ist vorbei für uns. Das ist wichtig. Mit einer Kugel, meine Freunde, bin ich weit gekommen. Das ist ja das Schlimmste dran. Ich geh mal unten. Okay, warte ich auch zu, oder? Waffenkammer. Wir brauchen ganze Munition. Du brauchst vor Wunderself, der Hut, den du hinterlässt, nur einem Durchspiel, die bestimmte Kreaturen anlocken könnte. Komm, kommen wir ins Hallen an. Nein, wir haben es wieder nicht mitgenommen. Das ist ja nicht mehr normal. So, warten wir uns wieder zurück. Oh, Mann. Vielen Dank. Machen wir mal so So eine lassen wir uns für Notfall Leuchtfackel ist am meisten für Notfall Ich glaube der ist blind, der können wir abhauen Müssen wir mal schauen gleich Egal was für ein Lärm du machst, er kommt sofort Wie soll man das denn schaffen? Oh Junge, Junge Wartest mal Ich werde das ganze hin und her laufen Alter, entschuldige ich mich erstmal Weil ich erst vergesse zu speichern wieder Oh Junge Wir haben noch eine gefunden, Geet Travers 6407 Wo wurde er von Ratten aufgegessen? Den hat er auch erwischt Viele hat sie erwischt Oh, gute Frage Ist das der Coach hier eigentlich dann dafür? Den wir jetzt bekommen haben? Geet Travers Oder war das Wir probieren einfach aus Oder war das für Spind? Ich weiß nicht mehr 6 4 0 7 Ne Oder? Das heißt, dann wird er woanders sein Guck mal, was wir gefunden haben Ich weiß genau, was wir brauchen Dynamit Ist das mal ein Stock, oder was? Oh nein, ich hab's vergessen Oder ist der Ey, haben wir ein Glück, oder? Dass wir noch abhauen könnten Wir müssen irgendwo schnell speichern Wieder Wo er uns wiederholen kommt Oh Oh So Ich hab's schon mal gesehen, oder? Wo ist gar nichts, dass man die aufmachen kann Ich hab's schon mal gesehen, oder? 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 leute speichert immer noch das ding das kommt von jeder ecke raus jemand kennen wir noch lambert da ist ja 4 0 erst mal drin lassen brauchen wir jetzt mal nicht das schon braucht wenn ich das auch nicht sehr quatsch da wurde eröffnet sehr geöffnet beide weinkeller wartungsbereich ab und treten verboten egal wenn man statt einer waffe noch weiß nicht so ein axt ein schwert etwas hätten damit wir die ratten schnelle besiegen können spiel ist voller gefahren durch wichtig für uns wir brauchen auch ein bisschen brauchen patronen man sieht die haben die leichen alle verbrannt auch schon heftig hier können wir das auch nicht mehr mitnehmen aber können wir was ist zurückkehren wir wissen ja wo jetzt benzin ist wir sind auch in jedem raum kann das sein jedes überall ist ein loch so gestellt fertig jetzt kommt er nicht mehr durch live fahrzeug wenn du das vorbeipers hände im g-bunker leibstofflager werkstatt Werkstatt Ich versuche es mal herauszufinden was zu tun Die ganze Zeit wackeln, wackeln Ah, der hat einen Schluck Entschuldigung, ich war kurz sympathisch Oh, der hackt mich, der hackt mich fast Oh nie, mach mal ab Meine Freunde, ich sag's euch, das war's für mich heute Ich hoffe euch hat das gefallen für mich Er hat mich paar mal erwischt Und ich hab's vergessen wirklich zu speichern gehabt Ihr könnt... Macht mir bloß nicht nach Speichert jedes Mal Dann solltet ihr's bereuen Dann müsst ihr wieder von vorne alles machen Das ist richtig blöd Meine Freunde, wir machen jetzt einen Halt Wir hören uns beim nächsten Video Ich danke alle, dass ihr dabei wart Und ich hoffe ihr schafft es Gegensatz zu mir, ja? Macht's gut meine Freunde Ciao, ciao